Moin Leute, Willkommen zu BABABARO Wird schon drauf Hui Ja Jungs, heute ohne Band Ich hoffe, die Levels können, also mir fehlen sonst noch ein paar für den Power 4 Bau, aber nicht mehr viel Deswegen juckt mich das jetzt nicht, die Power 4, oder wir fahren mich an der normalen Welt Oder vielleicht gehe ich da noch mal schnell in der Keine ein Achja, es rind Plug List, dass da das Ding drin ist Ok, dann ist das noch Lappi da drin, Lappi la Bulli 5 Level, die sollte ich schnell haben 6 Level Weil das Schwert hätte ich echt gerne Äh, Schwert, ähm Picker of efficiency Das muss schon sein Ach fuck Essenszeichen, das sieht echt nicht so gut aus Müssen wir da langsam ein bisschen gucken, damit ich da Ein bisschen aufpassen Und wenn ich mich ein bisschen nahe, dann noch mal essen hole BZB Braten Das ist praktisch, wenn hier überall Öfen sind, wo noch Kohle drin ist Das ist echt praktisch Das ist vielleicht nur noch ein paar Mops Eigentlich habe ich echt keinen Bock mehr an da rein zu gehen Ähm Ich kann euch schon mal was verraten Sondern zwar, ich werde mir für das Finale Wahrscheinlich Einfach irgendwo da so Hier einen Baum suchen, wo ich mich drauf Baue Damit ich ein bisschen warten kann, bis die Gescheit fighten Wenn die Team fighten Werde ich irgendwann versuchen abzustauben Einfach mit einer Peu runter Vorher halt Pre-Gap Nun, jo Das könnte denke ich So eine gute Taktik sein, die ich machen kann Damit ich Auch noch Wenigstens irgendwie eine Chance habe Jemanden Krass zu schwächen oder zu töten Ähm Ich werde Macht denke ich schon Ganz guten Damage Ich muss halt aufpassen Ich tank halt fast gar nichts Ähm Kann es auch sein, dass ich Ende der Folge Oder wenn ich Power 4 habe Noch mal runtergehe Vielleicht noch Irgendwie noch was Farmer Was mir was bringt Vielleicht noch Gold Keine Ahnung Irgendwas halt einfach Äh Sonst wäre natürlich, ne Nicht so schlau Ein Full Pro 2 Da habe ich einen Mardu Baruch Ein besserer Rüstungen Ein Full Pro 2 Wäre das Ist zwar nicht schlecht Aber Hält halt nicht viel aus Ist halt so Wenn ich das hier sehe Junge, hier gibt es gar keine Mops, die man gescheitigen Töten kann Dann 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 Je auch mensch wäre es dann also einfach andere leute zu töten kippen falls jetzt irgendwie um die ecke kommt da er Rüstung tut, dass die gute Jungen reparieren. Das wäre für Martin und für mich das Allerdimmste, wenn wir jetzt gegeneinander fighten würden. Das wäre halt dümmer als... keine Ahnung was. Wenn ich ihn aber sehe, werde ich ihn angreifen. Ich gehe netter bei mir, wird es hier zu dumm die Level zu farmen. Farmen ist lieber netter. Äh, ja. Hat auch jeder nochmal lassen. Okay. 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 Schau, der Jungspund ist jetzt nicht netter. Okay. 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 Yay. Underspund. Ich wollte mich eigentlich nicht hätten lassen, weil die machen gut Rüstungsdamage, aber ich habe halt hier auch keinen Bock überall irgendwie noch Netawarzen zu farmen. Das war's für mich. 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 Das war's für mich.